Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight Subpart 145. Und jetzt geht's da weiter, wo wir abgetan haben. Aber das war eben gerade sowas von kackknapp eben. Ich hab gerade gedacht, alter. Oh, scheiße, ich fahr mal lieber hier entlang. Schnell hier oben rein. Komm schon. Yeah. So. Einer haben wir noch. Einer noch, dann geht's auf Deathstroke. So. Du überstrapazierst dein Glück, Batman. Viel hast du nicht mehr davon. Glaub mir, das tue ich nicht. Ich gehe nur taktisch. Ich mache nur taktisch einen Rückzug und kämpfe hier auch taktisch voran. Welche Richtung fährt der Pedder? Hier lang, okay. Dann gehe ich schnell hier hinten runter. Jawohl. So, danach geht's gleich auf Deathstroke, wenn ich den hab. Hoffentlich speichert es danach ab hier. Ach, komm. Ich hätte ihn jetzt gekriegt, alter. Ne, hab ich nicht. Ich mache nur einen taktischen Rückzug. Ja, ja, ja. Schön für dich. Hä, wie kommt der inzwischen da außen rum, meine? Oh, jetzt kommt der schnell. Ja, komm. Dann schnell hier. Komm raus. So, jetzt habe ich das noch so gemacht, dass er mich verloren hat. Ja, fahrt du da oben weiter. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Okay. So, jetzt aber, mein Freund. Jetzt aber, warte, ich krieg dich dann. Jetzt jage ich dich. Jetzt müsste Deathstroke dieser Idiot hier vorbeikommen. Gerade, wo ich dem so ein scheiß Ding hier hatte. Müsste mir Deathstroke gerade entgegenkommen. Ach, komm. Nochmal so einen Scheiß, dann habe ich verloren. Oh, Gott. Meine Drohnen werden dich aufspüren. Oh, Mann. Ich will jetzt die letzte Drohne noch kriegen und ich hoffe, dass es dann auch gespeichert, weil... Ich habe keinen Bock, das Ganze nochmal neu zu machen. Ich hoffe, ich komm... Da kann ich jetzt Deathstroke gar nicht gebrauchen, gerade. Komm. Ja, komm, bock doch noch da hinten ran fest, Alter. Was machst du für eine Kacke hier? Fahr doch rein einfach. Schnell hier rum. Oh, oh. Schnell hier vorn rüber. Ich fahr mal schnell in das Eck rein, sonst hab ich gleich verloren, wahrscheinlich. Ja, komm, Dreh um. Warum dreht ab, dann halt um, Alter. Ich bin gleich Aggression, Alter. Ich mach das drickste Ding hier. Ich find's cool, dass es da so viel Auswege dazwischen gibt. Töten ist mein Job, Batman. Da kannst du nicht mithalten. Jetzt ist sie sich umgedreht gerade eben. Umgedreht. Ich starte einen Rundum-Scan. Wenn ich dich finde, bist du tot. Ja, ja, ja. Schön für dich. Aber ich glaub nicht, dass es so weit hingehaut. Oh, Mann. Komm schon, fahr wieder raus, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Ich hab so'n kleiner Schub genommen jetzt. Was macht diese Bühne? Eine Drohne da gerade. Den Herrgotsnamen. Oh, Mann. Okay, die kommt hier entlang. Das ist gut. Wenn die schon mal hier entlang kommt, dann ist es mir lieber. Es hat Technologie serienmäßig erteilt, hm? Scan wird eingeleitet. Ich schaffe da sie wieder nicht durchfolgt, ey. Mal hinten. Ich bin nicht in Richtung Ferne. Ja, ey. Ich finde es einfach gut. Das ist einfach so behindert, wenn die dann gleich am Arsch klebt, ey. Das ist so behindert, ey. Wenn die direkt drumherum so am Arsch klebt, ey. Fahr doch da weiter einfach, Mann. Und klebt mich nicht am Arsch. Na, jetzt kommt der Penner von da hinten wieder. Ja, super, ey. Klar. Und jetzt müsste dieser... So, sorry, Leute, dass ihr euch den Scheiß noch einmal anschauen müsst. Tut mir leid. Ja, aber wenn Destrook dieser Idiot gleich genau aus der Scheißlücke da rauskommt, wo ich rausfahre. Was soll ich machen? Hebe die Brücken ab. Er darf die Insel nicht verlassen. Was soll ich machen, wenn der Penner genau da... Ja, toll. Aber was soll ich machen, wenn der Penner genau aus der Richtung kommt, wo... Ich versuche, dass ich jetzt diese Leben behalte, was ich habe, dass ich dauernd irgendwo Wetterraser nehme, Scheiß. Und dass ich dann irgendwie Destrook nicht entgegenkomme. Ich finde es einfach nur... Ja, ey, das war auch gerade eben ein bisschen... Das vorhin war auch unfair. Wenn der mir dann immer so am... Wenn ich da nun durchfahre und der klebt mir am Arsch... Und fährt nicht in eine andere Richtung. Ich fährt immer genau in die Richtung, wo es denn jetzt soll. Da kann ich da ja nichts machen. Welche Richtung fährt dieser Idiot? Okay. So, erster habe ich schon mal. Ich schicke eine Cobra als Unterstützung. Vier Cobras übrig. Warte mal, kann man da irgendwo noch irgendwo irgendwo rein? Gibt es irgendwo, wo man noch rein kann, irgendwo? Wir vernichten das Auto. Ja, perfekt. Das ist ganz gut klappt gerade eben, so auszuweichen. Dieses Mal verlasse nur ich die Snorch. Nein. Jetzt muss ich mir echt was einfallen lassen. Ich soll mich zeigen. Natürlich zeige ich mich, aber ich... Geht... Einfach nicht. Ja, ja, schön für dich. Ich mache einfach halt nur einen taktischen... Ja. Perfekt. Ich mache halt hier nur einen taktischen... Ähm... Ich greife einfach halt taktisch an. Und das ist das Problem. Ja. Perfekt. Cool. Damit habe ich jetzt die auch noch erwischt. Drei Cobras im Einsatz. Das war einfach zufällig, weil ich da hingefahren bin. Habe ich gesehen, die ist mit dem Rücken gerade zu mir gewesen. Habe ich gerade die Niese vernichten können. Diesmal klappt es besser. Und wir halten aber lieber in den Mund, bevor irgendwie wieder was sagen, dass das klappt. Und am Ende fehlen wir gleich wieder. Und das muss ja jetzt nicht sein. Ey, warte mal, wie viele Punkte haben wir eigentlich denn schon wieder dazugekriegt? Davon überhaupt mal gucken. Ah, wir haben vier Punkte. Okay, das reicht das mal. Wir sammeln die erstmal alle weiter und dann passt's. Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde, dunkler Ritter. Aber jetzt blöd, ich kann gegen die halt einfach nichts einsetzen. Ja, ja, genau. Solche Tunnel, diese Tunneldinger, diese Tunnelwege sind einfach die besten dafür momentan. Oh ja, das kommt runter, das Ding kommt runter. Perfekt. Weil wenn der... Oh, oh. Oh ja, lass mich doch mal... Ja. Das... Ach, wirklich? Hau ab. Ha. Ja, ja, genau, war in den Tunnel. Ich war mal in den Tunnel. Ich war da unten mal in den Tunnel rein. Boah, war das knapp eben. Ja, das ist unfair. Nein, nein, der Wayne-Tunnel ist echt... Der Wayne-Tunnel ist schon mal super. Das ist... Nein, nein, der Wayne-Tunnel ist einfach ein gutes Verstärkung. Und ich hab genau erst mal so verloren, weil ich an den einen weggefahren bin, weil der mich da schon wieder... Weil die mich da schon wieder blockiert haben, die Peller. Oh, oh, jetzt kommen noch da die anderen an. Hilfe. Okay. Okay. Komm schon, komm, 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 komm. Schliere, schliere, schliere. Yeah. Wir haben eine Cobra verloren. Behalte Suchmuster bei. Perfekt. Die hab ich auch. Zwei Cobras übrig. Ja, schön für euch, dass noch zwei übrig sind. Naja, ich muss nur die auslöschen. Dann kann sein, dass ich dann vielleicht schon die... Glück hab, dass ich dann vielleicht schon die... Die Technologie serienmäßig enthalten, hm? Die Grenn wird eingeleitet. Ja, komm, fahr weiter. Ich starte einen Rundum-Scan. Wenn ich dich finde, bist du tot. Oh, ja, jetzt kommt er mir wieder von der... Ja, genau das meine ich. Das ist das, was ich gerade so dermaßen einfach hasse an dem Teil. Oh, verpisst euch jetzt von mir. Das ist das, was ich meine. Wenn dann die Panada wieder... Wenn dann das ist, was ich meine. Und das ist das, was ich hasse. Sorry, Leute. Genau das ist das, was ich meine. Und was ich so hasse. Wenn dann die Idioten da alle auf... Ein... Wieder voll... Einketten. Und dann wieder voll... Alle wieder von einer verfickten Richtung kommen. Und dann wieder... Das Show geht auch... Wenn dann... Das Show wieder von der anderen Seite kommt. Nein, nein, ich hab noch genug Leben. Das reicht. Und damit schaff ich's auch. Klar, aber trotzdem. Und dann will ich's ja auch schaffen. Aber ich find's einfach nur bekloppt, wenn dann die immer von einer verfickten Richtung kommen. Von derselben Richtung alle angefangen kommen. Und dann wieder einketten. Und dann wieder einrechnen. Ah... Und wieder... Alle dann da. Komm. Komm, seit es bis hier schon ankommt. Jetzt. Damit brauchen wir nur noch einen. Nein, für... Jetzt kommt Deathstroke. Deathstroke brauche ich jetzt gerade nicht. Aber das wird knapp wieder. Das wird wieder knapp. Aber ich hab jetzt noch... Aber jetzt hab ich wenigstens noch mehr Leben. Statt wie zuvor hin. Und das will ich auch versuchen zu behalten. Und da kann ich den jetzt echt nicht gebrauchen, wenn mir dann Deathstroke entgegenkommt. Oh, da kommt er. Das Deathstroke, der Penner. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Deswegen hau ich jetzt hier oben rum ab. Um den hier zu entkommen. Dass mir der Penner hier nicht auf den Sack geht, ey. Naja, von wegen 360 Grad. Ich hab schon bessere Männer gejagt als dich und getötet. Ja, schön für dich, Alter. Das ist schön für dich. So, dann wenden wir jetzt wieder den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freu mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wieder einschaltet. Gebt Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das wäre nämlich nett. Danke. Bis gleich.